hey leute willkommen zurück zu reded redemption und schön dass ihr dabei seid danke fürs einschalten danke auch fürs liken und kommentieren das letzte mal ja wir überstreuen dieser running gag immer für diesen teil ja wir sind immer noch auf der farm mit john marston übrigens war zu jim ja er ist ja nicht john aber wir können wieder melken gehen guck mal können wir ja wir können die kuh melken zipp zipp zapp ich dachte es geht noch schneller der melkprofi das milchmädchen hieß es ja gibt es noch nicht punkte jetzt ne kommen später wieder alles klar können wir schön an zitzen ziehen okay ist das jetzt ist es jetzt ab wahrscheinlich ist es ab wie abigail oh ich dachte ab und mr gedis der kleine ruhenbock erst mal gucken was abigail will ne komm wir gehen zu mr gedis spagettis spagettis now dear i won't hear any more of it you won't hear any of it not in front of the men you toad all right smile smile do not embarrass me the toad mr gedis hey i heard we had another incident with the laramie boys yeah there was an incident i mean to scare me are you scared a little i've got a lot invested in this place in this place and not just the land but but my family it's uh it's hard to explain i understand i'll do my best to keep you safe sir yeah i know you will so how's your family just fine i should probably head back yeah i know how it is how'd you get on okay i guess better sure i'm just tired i know anybody want some more no no thank you mr pearson john marston you're such a pig all right it's getting late let's get some rest good night jack good night mama good night jack good night pa good night but kochen is not so your strength wow what the hell was that what are you doing good night good job i have a gail lock this door behind me don't open it unless you know it's me good night it's nice to have a new version install Oh oh, du bist den schweren Mann, den sie einfach aufgenommen haben und ich habe über dich gehört. Ich habe meinen Wind verloren. Kennst du das, Arthur? Es ging einfach runter. Auf beiden Seiten, ihr Feiglinger. Du legst ihn runter, okay? Ich werde dir in einem Moment hinlegen. Sie haben Herrn Tobert töten. Und sie haben meine verdammte Kettel verloren. Sind die Leute okay? Ja, danke. Ich glaube so. Jim Milton hat meine Leben. Es ist Mr. Abel. Natürlich, es ist Mr. Abel. Ich kann nicht glauben, er denkt, er kann mich aus hier rauskommen. Ich glaube, wir werden deine Kettel zurück. Ich glaube, wir sind. Kannst du gehen, Tom? All right, Jim. Ich weiß, du kannst dich selbst behandeln. Ein bisschen. Geh holen und weg. Geh holen. Oh, keine Koi mit mir. Wir brauchen deine Hilfe. Ich weiß nicht, was du gemacht hast, oder was dein Name ist. Das ist die Land der Second Chance. Entstanden. Okay. Ich bin mir in. Das war ich. Was war es? Mr. Getty. Der Kettel wurde verletzt. Sorry zu hören. Was macht das? Mr. Getty hat uns wirklich gut gemacht. Wir... Ich... Was machst du? Mein Job, Abigail. Mein Gott. Job. Oha. Ernsthaft jetzt? Oh, guck mal, das mit den ganzen Waffen, oder? Ne, nicht alle. Van Lancaster Repetiergewehr. Was haben wir noch? Repetiergewehr. Repetierflinte. Das war für Knarren. Nur die beiden, ja. Okay. Ja, dann auf, auf. Oh, ich hab auch ein Messer, ein eigenes. Oh je, Leute, das... Das wird ein bisschen krass jetzt. Also... Wir müssen schon wieder ballern, ja? John, meinst du das das Richtige? Ja, ja, aber ich finde es cool, er hat noch Arthas Hut. Krass, jetzt ist er der, der sich den Tod angibt. Hey! Hey! You boys been coming up to Pronghorn. I thought I'd come down here. You're all so tough. Come have a word with me. You here to cut a deal? You're too late, partner. I'm here for our cattle. And to teach some manners to all of you. Ha ha. Er hat das Deadei. Ich bin ganz de 먹ами. Er hat das Ding. Ich bin ganz deライck mit bei dir. Ja! Ja, die sind... Ja, ja. Okay. Ja. Ich bin ganz, du nicht. Ich bin ganz toll. Ich bin ganz hart. Ich bin ganz hart. Ich bin ganz ehrlich. Ich bin ganz gengert. Ich bin ganz hart. Ich bin ganz schwach. Ich bin ganz begegert. Ich bin mit meinem Geld. Ich bin ganz nachher. Wir haben geht's. Ja, kommt das schon ins Gesicht. Na ja, macht mal, ich plüder die mal kurz ein bisschen. Ich hab's immer noch ein paar schicke Waffen, die hol ich mir auch noch. Das ist eigentlich keine gute Idee, jetzt wissen die natürlich alle, dass wir schon ein knallharter Typ sind und schon wahrscheinlich öfter mal geschossen haben. Ah, Haferplätzchen. Lecker, lecker, lecker. Braucht sich mein Pferdchen. Was ist denn die Knarre hier? Ah, hier. Ne. Keine Knarre. Wie viel von den Schweinen wir jetzt erledigt haben? Ah, guck mal da. Schön. Mhm. Hatten wir die schon? Oh. Oh, bisschen Geld, hä? Ihr habt's aber dicke hier, hä? Kann ich mich doch nicht mal bedienen ein bisschen? Ja, natürlich. Da hört sich keiner dran. Oh Leute, jetzt wünsche ich mir den ersten Teil nochmal als Remaster hier mit John. Das wär... Ach, wär das ein Träumchen, du. Also, das sind solche gute Spiele und dann... Aber es gibt ja, wer es nicht weiß, wenn man den ersten Teil auf Xbox 360 hat, dann kann man den auf der Xbox One spielen. Da gibt's dann so einen fetten Patch und da kann man sich dann die HD-Version runterladen und die hat, glaub ich, ein paar Gigabytechen und dann kann man es auf 4K nochmal spielen. Den ersten Teil. Und ich finde, der ist immer noch... Oh, was war da? Der ist immer noch sehr, sehr tauglich. Also, Schlachterbeil. Oha. Was ist jetzt meins? Mal sehen, wenn ich jetzt schlachten werde gleich, hä? Oh, sehr gut. Jetzt gucken wir was die alles haben hier. Nur das beste Zeug habt ihr hier, hä? Ist klar, dass Abigail da böse ist, aber ich meine, das sollen wir machen. Sollen wir diese armen, ehrlichen Leute hier einfach im Stich lassen und abhauen? Nein, das können wir nicht. Wie er sagt so, der war gut zu uns. Und der Typ da in der Scheune hätte unsere Frau nicht bedrohen sollen. Das ist natürlich auch so ein Punkt. Macht mal nicht. Vor allem, was hatten die denn hier? Die haben ja überhaupt nichts. Das sind einfach nur Arschgeigen offensichtlich, hä? So, Freunde. Ich würde sagen, wir gucken mal kurz, was in der Scheune hier los ist. Hallo. Na, wo hat er sich denn versteckt, der Kleine? Wow. Ey. Ey. Du Schwein, lass mich. So, jetzt ist es vorbei, Freunde. Jetzt ist vorbei. Komm a. Was gibt's da nicht? Ey. Oh, du bist doch eine feige Ratte. Das ist nicht fällig machen, John. Er kann bei uns sagen, was er will, aber die Frau beleidigen geht gar nicht. Laramie. So nicht Laramie. So nicht Freundchen. Einen Hut hatte ich auch gern wieder. Wie gesagt, Arthurs Hut. Das eigentliche an John ist übrigens, der hat immer solche Schlaghosen an oder sowas. Ah, ein Sprinklisch zu wer. So eine Waffe. Achtung. Ach John und schon sind wir da, wo wir aufgehört haben. Aber immerhin stehen wir jetzt auf einer Seite und sich auf einer Bandit und rauben alle aus. Das ist eigentlich unser Pferd, ja. Ja. Das war nichts. Du. 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 Ah, ist jetzt schon die Kutsche? Soweit es etwa... Stole cattle, not birthed them. I was... I was reading the newspaper. I was reading about an old ranch, Beecher's Hope, down by Blackwater. Was you? Well, Jack read it to me, but I thought maybe we could raise some money. Bank could lend us the rest. We could be happy, John. Bank loans? I got a goddamn price on my head, woman. I know. I know all about that. Every time we're about to get somewhere, make something, you go and show the entire world that you ain't Jimmy Milton. Every place we've been, it's been the same. We start doing okay, and then boom. You act like the big man with the gun. Tired, John, and I guess I was dreaming a little. At least give me that. Just feels hopeless. You're... you're doing better. Milton! Milton, ma'am, Mr. Geddes needs you to head over to Strawberry in the wagon and collect some mail for him at the post office. Sure. I'll take the boy with me. He's getting soft. Lancelot! Come on. Jim, if you're heading that way, can you pick up a parcel for me? Address I ordered. I think it's in your name? My name. I think so. One's in your name, and the other one's in mine. Only one should have come in by now. How much shopping you done? Oh, yes. A real keen purchaser of goods. Me. Look at me. Okay, Lancelot. We'll make a man out of you yet. Not too much of a man mind. He's only a boy. Just gonna show him how to drive the wagon a little. We'll save the real exciting realities of adulthood for another day. Come on. Get! You take care now. Of course. No, the sugar's okay. I like being in the house, Pa. Life ain't just about doing things you like, boy. What happened the other night with those men? Did you kill them? I did what I had to do. To protect you. Ma said it was pride or something. Ma was wrong about that. Ah, that's not me. I mean, one of them will see, that the family is safe, and another of them, if John is doing something else, then it's wrong. What should he do? Do you want to take the rain a little? I don't know, Pa. It's easy, boy. Don't be scared. Well, uh, what do I do? Well, just hold them and pull them short and slow down. Tell them to go faster, give them a little switch, and then pull to one side if you want to turn. Here, try it out. Slow down! Oh, okay. Mach du doch ganz gut, der Junge. Es ist so schön hier. Ein von der Natur. Bäh. Das ist ein guter Junge, Jack. Hattest du nicht viel getan mit Strawberry die ganzen Jahre. Das ist immer noch so ein Kaffee vorher. Warte, bei der Frisur würde ich auch nicht lächeln. Okay. Hat nicht so Bock drauf, ne, der Junge? Das ist doch noch lauter. Marston... Nope. Nothing here for that name, either. Try Abigail Roberts. Abigail Roberts. Abigail Roberts. Yes, here we are. And also, I'm here to pick up the deliveries for Pronghorn Ranch. David Getty sent me. Pronghorn? Yes, er, oh, er, uh, sign here. We have a bunch of stuff for you. And I will help you out. I'll take these. You get the rest of the stuff. Oh nein, wett mal, der hat uns erkannt, der Typ. Here, let me help you with this, Mr. Marston. Ah, it's, uh, mostly Milton these days. It's a long story. Whatever you say, Mr. Milton, it's not important. Take care now, give my regards to Gettys. Thank you very much, Mr. Okay, let's get out of here. Everything okay, Pa? Sure. I hope so, at least. Here. You take the reins a little. I ain't sure. Come on, son. You'll enjoy it, if you try a little harder? Okay. Okay, Pa. Verdammt, der hat uns bestimmt erkannt. Es gibt Ärger. Hier geht's nicht zur Ranch. Thank you. Jesus. Ich bin dein Vater, okay? Ich habe meine Reasons, auch wenn ich sie nicht interessiere. Yes, Sir. Better. Wof hat er denn lang? Da geht's doch nicht zur Ranch. Zack, hier ist falsch. Guck mal, wo geht's jetzt zur Pronghorn Ranch? Die ist hier oben. Da. Wollen wir jetzt ganz außen rum fahren? Na, ist egal. Schau. Wenn ich dir sage, du schaust, schaust. Wenn ich sage, schaust, 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 okay? Äh, sicher. Okay, schaust. Schaust, schaust. Geh weg von da. Okay. Hiya! Ja! Schaust. Oh nein. Sorry, Sir. Was that a question for me? No. No, keep driving. Oh nein. Das ist der Kerl, oder? Actually, you know what? Faster. Yes, Sir. Ja! Oh nein, jetzt kommt er jetzt auch hinterher. Warum fangen wir auch den Weg und nicht den anderen? Oh nein. Too fast now. Okay. Easy there. Stop! Woll ich nicht wieder fahren? Well, I don't like driving across here. It's the same as any other road. Look where you want to go and the horse will follow. Okay. I think the horse is getting skittish. He'll be alright. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Okay. What? What's wrong? Don't look around. Oh, Pop? Those men. Are they following us? Just stay calm. See that fallen tree? When we get there, stop the wagon, jump down, and hide. Oh, Pop. You need to do exactly as I say, boy. Here. Now. Come on. Quick, down. Okay, son. You wait here. You don't move or say nothing until I speak to you. You hear? Yes, sir. Head down. Okay, gentlemen. Let's see what you come calling about. What do you boys want with us? Oh, we just want to have a friendly chat. Are you John Morrison? Do you sure look like him? I don't know what you're talking about. I'm just here with my son. Did you kill a fella out growing up a few months back? No. Wasn't me. That was my brother. I'm real sorry, friend, but he was trying to rob him. You're talking bullshit, mister. Kill him. Ich kann keine Waffen benutzen. Hab ich doch gerade. Also wart ihr Gangster. Hör auf, das verdient. Was soll denn das? Warum wir... Oh, dear. Those men! I told you not to look, boy. We're stuck. This is awful. Are they dead? I didn't have much of a choice. You saw that. Now, compose yourself. You killed them, Paul. Son, I need you to hold it together. Junge, als hättest du das nicht schon mitgekriegt. Ach, Junge, komm. Die Zeit in der Bande, meinst du, da war immer alles schön und gut? Das war sogar noch schlimmer. Oh. Oh. We're okay. Hey, uh, you know, your mama wants us to buy some old ranch. You read to her about it, didn't you? Mm-hmm. What was it called? Mm-hmm. What was the name, boy? Beecher's Home. That's right. Beecher's Home. Over by Blackwater. You like the idea of that, huh? Us on the ranch? I don't know. I can see you as a rancher boy. Like Duncan Geddes, huh? I wasn't so sure, but... Yeah. That kind of life might suit us. Wouldn't be such a chore, if the horses we were cleaning up after was ours, would it? Heh. No, it wouldn't. Mm. Junge, beruhig dich jetzt. Komm. Alles gut. Oh, das wird doch auf jeden Fall... Das wird Nachwirkungen haben, Leute. Vor allem, wenn sich rum erzählt, dass wir gut schießen können, dann wissen die Leute doch alle schon, was hier los ist. Die können doch die Klappe nicht halten auf der Ranch, fertig mit euch. Okay, here we are. That was an... ...ah... ...eventful trip. Warum musst du dir auch den Weg hier fahren und nicht den anderen, huh? Versteh das nicht. Oh. Don't say hi to your mother. How is the... Oh. What happened? Yeah. It's... I don't... We got shot at. Shot at? What happened? Well, we got followed and then... Followed by who? Probably someone who knew me. If we didn't get to them particulars, I'm sorry. My son. Our son. Your dress was caused all the problems. It wasn't even a dress. It was a gift for you. Ach, kacke. Hat sie so nett gemeint. Hey, Mr. Jim? Mr. Jim? Hey. There's a telegram messenger for you. Over there. Near the house. There is? Okay. Thanks, Abe. Oh nein. What do you think you want? I have no idea. But I doubt someone wants to give me a big pile of money. They have already a huge amount of money. I see them. Thanks, Abe. I wonder if it's true, that they were out of the house. Or they were almost out of the house. Because I mean, that whole money must have to land somewhere. But that's probably so in the process of the game here. It doesn't play a role. Oh nein. That's not a telegram. Excuse me, Mr. I'm Jim Milton. Heard you had a telegram for me? Yes. Here. Sign there. Thank you. That's it. Good. Meet me in Saloon in Valentine. I'm there most days. Stop. Sadie Adler. I'll be damned. Das die noch gibt. Krass. Oh, ich hoffe Sadie passiert nichts. Das ist auch bestimmt so eine richtige Revolverbraut geworden, kann ich mir vorstellen. Oh, ich weiß auch, aber Abigail wird hundertprozentig was dagegen haben, wenn wir uns mit Sadie treffen. Nicht, wenn sie die alten Zeiten aufleben lassen, das ist ja genau das, was sie nicht will. Sie hat eigentlich schon recht, sie will sich nur um ihren Sohn kümmern und eine Familie haben, das schöne. Abigail. Oh nein, sind sie etwa abgehauen? Oh nein. Darling, John. A kind lady in the village helped me write this. She had many problems of her own, but that's a different story. Listen, I have begged you, but it don't seem to make much difference. I've tried everything I know to make you grow up, and you know I love you, but loving you means I can't watch you do this. Time after time, time after time, we've had to run because of your behavior and your decisions. We got a son. I got a son. And I love our son enough that I can't have him around while you're like this. I had so many dreams, John. I hoped you would change. We all saw what happened to them that didn't, but you... Part of you is hellbent on ending up the same way. And I love you too much to watch that no more. Abigail. Abigail. Where's your wife, Milton? Uh, she's out. I saw her leaving with the boy. And the bags. What's going on? You married, Mr. Dickens? No. That don't surprise me. What'd she do? Catch you with a showgirl? Or hear about you shooting more fellas over by Strawberry? Just who are you, Jim Milton? I'm a family man. I can handle a gun. Sure. Them men shot at me. Just interested, that's all. Ain't nothing interesting. Unless you find gossip about a man's marriage worthy of your time. Guess not. There's work to be done. Unless you're running off too. I ain't going nowhere. I'm here to work. Gotta save money, get her what she wants. What does she want? She wants a place of her own. Said she found a plot up at Beatrice Hope. You? A rancher? You'll starve. Probably. Keep yourself busy. Take your mind off it. Ja, das hat sich natürlich auch schon rumgesprochen, dass wir jetzt wieder ein paar Typen mehr geknallt haben bei Strawberry, ja? Ach, das ist doch kacke. Ich mein, er hat halt einfach keine Chance. Mir wird keine Ruhe gegönnt. So, was gibt's denn hier an Arbeit? Ach, der Zaun wieder? So, wir reparieren mal den Zaun, komm. Dem Hammer geht das doch nie. Er ist ein guter. Er ist ein guter. Er versucht's ja. Ich mein, was soll er sonst machen, außer es versuchen? Er ist doch nicht. Musik 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 That's her fool. Hey, you know, I was wrong about you. Turned into a fine worker, Jim Milton. Oh, thank you. Means a lot. Hey, you think I can speak with Mr. Geddes? See if maybe he's open to offer me some guidance. I'm sure he'd be happy to hear you speak at least. Thank you, Mr. Dickens. Boah, dass er da sechs Monate allein durchgezogen hat. Wie das immer aussehen mit seinen Schlaghosen hier. No, Hühnchen. Hallo Hühnchen. Hühnchen. Hey, son. How's that bull? Fine, Mr. Milton. Your father in? Could I have a word? Sure. I'll just get him. Pow! I'm right, right here. Hühnchen, Anstreit. What's the problem, Milton? Sorry for the disturbance, sir. Oh, no problem. My wife, she just began her morning discourse on the subject of my faults. Experience I think every man can relate to. In some ways, my wife, my wife also has issues with some of the decisions I've made. Real issues. Do you believe a man can change, sir? Where is this heading? I guess I don't know. I've tried to be a good hand. I've worked hard to secure your property. And for that we are grateful. And you've paid me well besides. The thing is, I suppose, I need to get a place of my own. So I can prove to my wife that I've changed. I understand. But, I ain't got much money. And I ain't asking to borrow none. But maybe you could go to the bank and put in a good word so they could give me a loan? A loan, huh? So I can buy that place, Beecher's Hope? Yes, I know it. Yes, of course, sure. It'd be my pleasure. Take my advice, Milton. Take your money and go buy passage on a boat. Go to Brazil and forget all about family. I'm just joking, son. Just make sure you deal with Ansel Atherton at the bank. He's a distant cousin. Use my name. Tell him to ask me direct himself. You'll get what you need. Thank you, sir. I was young and dumb once, too. You'll get her back. Haha. Also netter. Wer sonst die Möglichkeit gibt. Das ist schon einiges wert. Ich meine, wie hast du dir so ein Darlehen verliehnt? Also meistens durch Vertrauen oder Vitamin B. Ich weiß nicht, ob er so ein vertrauensseliger Mann ist. Ja, jetzt kommen die alten Klamotten wieder raus. Oh ja, John Marsden, wie wir ihn kennen. Ich finde mit Bart sieht er viel cooler aus. Das ist ja leider nicht möglich in Red Dead Redemption 1, glaube ich, dass man sich in Bart wachsen lässt. Ich weiß nicht so ganz. Ich war aber sechs Monate später, nachdem er den Brief von Sally bekommen hat und die ist immer noch jeden Tag da. Oh, Blackwater. Hansel Atherton. Boah, krass. Was machen wir jetzt? Wie geht das mal nach Blackwater, Leute? Das erste Mal Blackwater. Die Lelower. Mar fore? Das zweite Mal ist es. Hier in instruction zu Marcus. Da kommt man hin. Die Lowende. Das hävelllleste кабine. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020